Für jede Rubrik vergibt Hansjörg Wahl eine Schulnote von 1 bis 6. Am schlechtesten schneidet Amavita in Basel ab. Die Apotheke wirbt mit Hörgeräten für knapp 800 Fr. das Stück. Den Test führt eine Hermann und Lucia Czierki. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 1.000 Fr.